So, hallo liebe Kellerkinder, ich bin's, Onkel Diesel, live aus dem Kellerloch, haha, nein, im Moment nicht live, ihr seid auf YouTube, ich hab das hochgeladen, kann nicht live sein, wie blöd ist das nur, dass wir nicht miteinander sprechen können, aber das können wir, denn seit neuestem streame ich öfter auf Twitch, so werde ich das auch heute Nachmittag ab 15 Uhr wieder, zeige ich auch gleich nochmal. Ähm, die Ankündigungen werden hoffentlich, äh, in Zukunft öfter in diesem Format kommen, werden nur ganz kurz sein, da sag ich was, wann und wo, obwohl das wo immer gleich ist, das wo ist auf Twitch, auf meinem, äh, Junk Diesel Channel, und, äh, ja, soviel dazu, heute Nachmittag 15 Uhr, Lawrence of the Fallen, wieder live, ich werde das auch in Facebook, wie immer, ankündigen, und ich hoffe, wir sehen uns dann da, bis dahin.